Musik Liebe Zuschauer, willkommen bei Sie haben die Wahl. Auch heute stellen wir Ihnen einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 15. April vor. Und im Live-Interview begrüße ich heute Benjamin Koppe von der CDU. Herr Koppe, willkommen im Jena TV-Studium zum Live-Interview. Das müssen wir nochmal betonen. Sie sind 35 Jahre alt, von Haus aus Politikwissenschaftler, CDU-Mitglied natürlich und Fraktionschef im Stadtrat. Warum wollen Sie denn Oberbürgermeister werden, wenn man durch die Stadt geht, sieht man Ihre Plakate. Und da sind Sie ja sehr siegessicher und selbstbewusst, weil Sie titeln Jenas neue Oberbürgermeister. Viele Jena kennen Sie aber noch nicht. Warum wollen Sie Oberbürgermeister werden? Genau. Durchaus ambitioniert. Jenas neue Oberbürgermeister ist sozusagen der Slogan. Man muss sich natürlich auch eine Werbelinie überlegen, das ist völlig klar. Und da ging es darum, sozusagen auch nach vorn zu brechen, zu sagen, ich möchte Jenas neue Oberbürgermeister werden. Ich bin jetzt seit 2009 im Stadtrat, bin seit 2010 Fraktionsvorsitzender, auch Finanzausschussvorsitzender seit 2014. Und habe langjährig politische Erfahrungen in Jena sammeln können. Mir macht es sehr viel Spaß, mit Menschen zusammenzukommen, mich für Menschen einzusetzen, mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen, mit Vereinen, mit Initiativen, mit der Wirtschaft. Und ich habe mir ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ich möchte Jena voranbringen. Und ich bin ein junges, frisches Gesicht, tatsächlich ein anderes Angebot als der aktuelle Oberbürgermeister. Und deswegen ist es mein Ziel, selber Oberbürgermeister zu werden. Und ich liebe diese Stadt, wohne seit 2001 hier, bin mit dem Studium nach Jena gekommen und ich möchte jetzt angreifen an der Stelle. Sie haben ein gutes Stichwort geliefert, der aktuelle Oberbürgermeister. Wie ist es denn, gegen ihn anzutreten, wenn man selber Mitglied der Stadtregierung ist? Zumal ja nach der Oberbürgermeisterwahl auch die Wahl der Dezernenten ansteht. Und ihr Name gehandelt wird schon als Nachfolger von Frank Jauch im Bereich Finanzen. Also erstmal ist es so, dass ich zu allen Kandidaten ein gutes Verhältnis habe. Ich habe jetzt auch den einen oder anderen Kandidaten aufgrund der Oberbürgermeisterwahl und des ganzen Wahlkampfs noch besser kennengelernt. Natürlich ist es so, dass diejenigen, die ich bereits aus dem Stadtrat kenne, ich zu denen auch ein gutes Verhältnis aufgebaut habe. Das gilt auch zum amtierenden Oberbürgermeister. Und natürlich ist es so, dass man in einem Kommunalparlament und wie auch in anderen Parlamenten sich Mehrheiten suchen muss. Und es gibt seit 2009 diese Koalition aus CDU, Bündnis 90 Grün und der SPD. Und die Koalition haben wir 2014 fortgeführt. Und tatsächlich ist es so, dass man jetzt jemandem gegenübersteht, der aus der eigenen Koalition kommt. Aber es ist das Amt des Oberbürgermeisters. Es ist so, dass da nochmal von dem Oberbürgermeister eine ganz andere Richtlinienkompetenz ausgeht. Und dann kommt es halt auf die Punkte an, die man anders machen möchte. Und ich glaube, das geht durchaus auch, wenn man mal von der Koalition absieht, wenn ich jetzt gewählt werde, auch mit einem neuen Politikstil. Ich bin jemand, der integrierend wirkt und ich möchte sozusagen alle Parteien mitnehmen. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch die gute Arbeit, auch die Koalitionsarbeit fortführen. Welche Aufgabe hat denn in Ihren Errungen das Stadtoberhaupt? Parteiübergreifend, integrierend, Sie haben das schon angedeutet. Können Sie das noch ein bisschen genauer formulieren? Ja, als Oberbürgermeister hat man ja zahlreiche Aufgaben. Man hat verschiedene Dezernate unter sich, Dezernenten. Man muss in den OB-Dienstberatungen, die dienstags stattfinden, alle Themen besprechen, die anstehen, die auch im Stadtrat behandelt werden müssen. Insofern ist es notwendig, dass man sowohl mit den Dezernenten sich abstimmt, als auch mit den einzelnen Fachdiensten in der Stadtverwaltung. Und vor allen Dingen muss man auch eine gewisse Richtlinienkompetenz ausüben. Man muss politische Entscheidungen voranbringen, diese zur Entscheidung bringen im Stadtrat und gute Überzeugungsarbeit leisten. Und das sind für mich auch, sage ich mal, weiche Kriterien, die aber eine ganz starke Rolle spielen, weil das Amt des Oberbürgermeisters ist ein politisches Amt. Und da geht es darum, wie man dieses Amt vor allen Dingen auch ausführen kann. Sie sind einer aus der Jungen Garde, nenne ich das mal, der CDU. Was ist denn für Sie gute Kommunalpolitik? Gute Kommunalpolitik ist für mich nicht unbedingt, dass man jetzt Parteimitglied ist. Ich kenne ja auch zahlreiche Ortsteilräte, die nicht unbedingt in der Partei organisiert sind. Ich habe mich damals relativ früh für eine Partei entschieden. Aber ich habe mich auch kommunalpolitisch in meinem Heimatort schon immer eingemischt oder habe dort mitreden wollen, habe das auch schon in der Schule gemacht. Und gute Kommunalpolitik ist vor allen Dingen, dass man miteinander spricht, dass man mit Bürgern, die Probleme haben, spricht, dass man auch mit Bürgerinitiativen, die sich zu verschiedenen Problemen gründen, einen guten Draht aufbaut und dass man vor allen Dingen gut kommuniziert. Für mich gehört vor allen Dingen zur Politik, dass man Politik verständlich macht, den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, gleichzeitig auch die Entscheidungen, die man trifft, erklärt und vor allen Dingen, dass man auch die Probleme vor Ort aufgreift und es fängt halt in den Ortsteilräten an, geht dann über den Stadtrat und natürlich ist es so, dass man als Oberbürgermeister die ganze Stadt im Blick haben muss und nichts vergessen sollte, vor allen Dingen nicht die 30 Ortsteile, die es in Jena gibt. Über die reden wir dann nochmal. Beim Blick in Ihr Wahlprogramm sagen Sie, Sie sind für ein mobiles, dynamisches und lebenswertes Jena. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Also dynamisches Jena, vor allen Dingen ist es ja so aktuell, dass wir immer noch in der Wachstumsphase sind und das wohl auch bleiben. Prognostiziert wurde damals, so um die Jahrtausendwende, eine ganz andere Entwicklung. Mittlerweile ist es so, die Bevölkerung ist mehr gewachsen als damals angenommen. Unternehmen hier umso mehr ansiedeln in Jena. Zuletzt ja die Zeiss-Investitionen, wie es jeder mitbekommen hat. Und vor allen Dingen ist es so, dass durch diese Dynamik, die entsteht, Angebote durch die Stadt gemacht werden müssen, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen für die Aufgaben, die uns bevorstehen, gerade in der Privatwirtschaft. Dass man junge Menschen davon überzeugt, den richtigen Lebensweg einzuschlagen an den Jenaer Schulen. Auch auf die Berufsausbildung besser hinweist. Dass man die mittelständische Wirtschaft und auch die größeren Unternehmen entsprechend unterstützt. Das ist eine Dynamik, die uns erwartet. Und vor allen Dingen müssen wir auch die Angebote machen im Bereich Wohnen, im Bereich der Kultur und vor allen Dingen auch soziale Angebote, wo Menschen zusammenkommen können, wo die integrierend wirken. Und vor allen Dingen ist es noch notwendig, dass wir natürlich auch, wenn wir gerade von Fachkräften sprechen, die jungen Familien in den Blick nehmen, wenn es darum geht, Kita-Plätze anzubieten und ausreichend Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig aber auch nochmal den Fokus darauf leben, wie können wir den Wohnungsbau in Jena und im Umland wieder voranbringen. Da kommen wir gleich, Jena wächst und braucht viele Wohnungen. Das haben Sie gerade gesagt. Sie sprechen von 5000, denke ich, in den kommenden Jahren. Wo können die entstehen? Wie sollen die entstehen? Also erstmal ist es so, dass in den letzten 10 oder 12 Jahren tatsächliche 5000 neue Wohnungen in Jena entstanden sind. Und um diesem Wachstum gerecht zu werden und gleichzeitig auch dem Markt entgegenzuwirken, die hohe Nachfrage und das knappe Angebot zu bewältigen, ist es aus meiner Sicht notwendig, bis zum Jahr 2025 5000 neue Wohnungen zu bauen. Die müssen sozusagen einerseits durch eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes, der jetzt übrigens schnell angegangen werden muss, entstehen, indem man gemeinsam mit dem Dezernat 3 und gemeinsam mit allen Verantwortlichen darüber spricht, wo Wohnbauflächen ausgewiesen werden können. Beispielsweise in den Fuchslöchern gibt es noch Potenzial, in den Außengebieten tatsächlich auch. Und wir müssen innerstädtisch verdichten, das ist völlig klar, um das Angebot zu schaffen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir im Umland durchaus auch auf die ein oder andere angrenzende Kommune schauen sollten. Wenn ich beispielsweise an Dornburg, Kamburg denke, Bürgel oder andere Beispiele, durchaus auch die Flächenpotenziale nutzen und als Stadt Jena dort nicht als Verhinderer auftreten, sondern das Ganze befördern, auf Augenhöhe miteinander kooperieren, um dieses Wachstum, was uns bevorsteht in Jena, auch gemeinsam bewältigen zu können mit dem Umland. Letztlich ist der Speckgürtel von Jena mit zugehörig. Das betrifft übrigens nicht nur den Wohnungsbau, sondern auch die Gewerbeflächen. Und da gab es bereits in Jena gute Ansätze. Leider sind die nicht weiter verfolgt worden damals, im Jahr 2006, als der jetzige Oberbürgermeister gewählt wurde. Und ich würde das gerne wieder angehen, genau diese Kooperation einzugehen und hier wieder Angebote zu schaffen. Mit anderen Worten, für Sie ist es ein Fehler, wenn Jena Nein zu Eigenheimstandorten in Bürgel sagt oder in Jena Priesnitz? Ich halte es, also Jena Priesnitz ist ja auch ein Beispiel, was aktuell diskutiert wird, beziehungsweise Wogau. Gerade was jetzt die eigenen Potenziale anbetrifft, aber mir geht es vor allen Dingen auch um das Umland. Und es gibt einen Landesentwicklungsplan, dort wird Jena als Oberzentrum dargestellt. Und als Oberzentrum hat man auch immer wieder letztes Einspruchsrecht, wenn es darum geht, dass eine Gemeinde im Umland über das eigene Potenzial, was besteht und über den eigenen Bedarf hinaus, die Flächenspenderfunktion für Jena wahrnimmt. Und Jena hat in den letzten Jahren oft gesagt, nein, wir möchten das nicht. Und genau diese Entwicklung möchte ich ändern. Wir möchten gemeinsam mit dem Umland für mehr Wohnbau sorgen und vor allen Dingen auch in der Breite des Angebotes wieder etwas zu schaffen. Nicht nur im Geschosswohnungsbau, sondern dass es auch gerade wieder möglich wird, Wohneigentum zu haben im Einfamilienhausbereich oder auch im Zweifamilienhausbereich. Genau, da denken Sie ja vor allen Dingen an junge Familien und schlagen auch eine spezielle Förderung vor. Wie solltet ihr aussehen? Das ist eine Förderung, wo ich ganz klar sage, ich wünsche mir, dass wenn wir Wohnbauflächen ausweisen, dass es möglich wird, dort auch ein Familienwohngebiet oder mehrere Familienwohngebiete auszuweisen. Andere Städte haben das vorgemacht. Ich stelle mir vor, dass es je nach Kinderanzahl einen gewissen Abschlag gibt. Beim ersten Kind 10 Prozent, beim zweiten Kind 20 Prozent. Das kann man bis zu vier Kindern aus meiner Sicht vernünftig auch finanziell darstellen. Dass der Erwerb von Grund und Boden tatsächlich für junge Familien erschwinglich wird, bei den Grundstückspreisen, die wir gerade in Jena vorfinden. Und das lässt sich durchaus in Ausschreibungskriterien und Ähnlichem festhalten. Das ist mein Ziel, auch junge Familien fördern, wenn es darum geht, sich Eigenheim anzuschaffen und nicht nur auf Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen zu setzen. Vielleicht noch mal kurz zu den Grundstückspreisen. Sie haben das ja gerade angesprochen. Was halten Sie von der Praxis der kommunalen Immobilien, meist bietend städtische Flächen zu verkaufen? Man spricht am Hausberg von Quadratmeterpreisen bis zu 1.000 Euro. Also erstmal muss ich ein ganz großes Lob aussprechen, vor allen Dingen für die private Wohnungswirtschaft, die an dieser Stelle tatsächlich auch moderate Preise ausweist. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich, dass man über Ausschreibungen das Ganze ganz anders angeht. Dass es nicht nur darum geht, wer ist jetzt höchst bietender. Das ist ein heiß diskutiertes Thema im Stadtrat. Und das würde ich gerne angehen, diskutieren wollen, dass wir auf der einen Seite jetzt darüber nachdenken, ob es wirklich notwendig ist, in dieser Form sozusagen oder in diesen, sage ich mal, exorbitanten Höhen an Geld, was zur Verfügung gestellt werden muss, so weitermachen oder ob es jetzt zukünftig möglich wird, auch wieder mehr Angebote zu schaffen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn wir mehr Angebote schaffen, wie ich es gerade beschrieben habe, sowohl in Jena selbst als auch im Umland, besteht am Ende die Möglichkeit, dass wir den Wohnungsmarkt entspannen und dass solche Preise nicht mehr aufgerufen werden. Ist denn nicht auch Jena Wohnen in der Pflicht, normalpreisige Wohnungen zu bauen? Jena Wohnen hat eine ganz wichtige Funktion in der Stadt, auch was das Thema von erschwinglichen Wohnungen und KDU-fähigen, also kostender Unterkunft fähigen Wohnungen anbetrifft. Das ist gar nicht hoch genug zu schätzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn jetzt eine neue Wohnung bezogen wird, wir das Problem haben, dass dann die Preise auch andere sind oder die Quadratmeterzahl entsprechend schwierig angepasst werden muss, beziehungsweise wenn man schaut, was es dann tatsächlich kostet, in eine Wohnung zu ziehen, dann ist es auch bei Jena Wohnen nicht gerade billig. Deswegen ist es notwendig, dass wir auch an dieser Stelle tatsächlich darauf setzen, dass wir ein gut aufgestelltes kommunales Wohnungsunternehmen haben und dass dieses kommunale Wohnungsunternehmen die Funktion wahrnimmt, nämlich einerseits günstigen Wohnraum anzubieten, das macht Jena Wohnen aktuell, und dass es auf der anderen Seite auch möglich ist, dass Jena Wohnen nämlich noch andere Funktionen wahrnimmt, beispielsweise wenn es um die soziale Struktur in den Wohnungen und in den Wohngebieten geht. Und ich finde, dort leistet Jena Wohnen eine ganz hervorragende Arbeit. Kommen wir zur Bildungslandschaft in Jena. Kitas Schulen, wo sehen Sie da besonderen Bedarf, vielleicht auch mit Blick auf Wohngebiete? Könnte man Planungen aus Ihrer Sicht konkreter, besser machen? Also erstmal ist es so, dass wir einen Schulnetzplan aufgestellt haben als Stadtrat und dass wir ständig in der Diskussion über die Schulstandorte sind und wie diese weiterzuentwickeln sind. Dann ist es so, dass es natürlich, wenn ich jetzt gen Norden blicke und die Entwicklung, die gerade in Zwetzen passiert und an anderen Stellen, dass dort durchaus nachgesteuert werden muss. Deswegen ist es erstens notwendig, dass wir ständig dran sind beim Thema Schulnetzplan, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren, diesen auch ständig zu evaluieren, zu diskutieren, wo neue Schulen entstehen können, wie beispielsweise jetzt die Gemeinschaftsschule in Jena-Ost oder auch in Lobedar, dass dort eine neue Gemeinschaftsschule entsteht. Das ist jetzt auch mit dem aktuellen Schulnetzplan festgehalten. Und diesen Schritt müssen wir aufnehmen und in den nächsten Jahren weiterführen, weil, ich habe es eingangs gesagt, wir haben eine herausragende Entwicklung und wir müssen ausreichend Schulplätze anbieten und das möglichst auch mit verschiedenen pädagogischen Angeboten. Und da sollte immer sozusagen aus meiner Sicht die Wahlfreiheit der Eltern, wenn es darum geht, welche Schule ist für meine Kinder die richtige, im Vordergrund stehen. Kommen wir zum Thema Wirtschaft. Sie haben vorhin schon neue Gewerbegebiete angesprochen. Wo könnten die denn Ihrer Meinung nach entstehen? Wie kann man generell vielleicht auch den Mittelstand fördern? Und was sagen Sie zu den Gewerbesteuern? Würden Sie die künftig wieder senken? Also wir haben als OB-Kandidaten schon mit der Jena-Wirtschaft diskutiert. Natürlich ist auch das Thema der Gewerbesteuer angesprochen worden. Erstmal muss ich feststellen, wir haben einen sehr soliden Haushalt. Wir haben beispielsweise im Jahr 2017 einen Überschuss erwirtschaftet, sind 11,5 Millionen Euro besser, als wir ursprünglich angenommen hatten. Dank der hohen Gewerbesteuern? Nicht dank der hohen Gewerbesteuern. Dank der hohen Gewerbesteuern spielt natürlich mit eine Rolle, überhaupt die wirtschaftliche Entwicklung. Es ist so, je mehr Unternehmen in Jena angesiedelt sind und je mehr Unternehmen natürlich gewerbesteuerpflichtig sind, ist es am Ende so, dass wir auch mehr Einnahmen generieren. Die Gewerbesteuer liegt bei 450 vom Hebesatz. Wir sind bei der Grundsteuer bei 495. Ich bin eindeutig dagegen als Oberbürgermeister, an diese Hebesätze ranzugehen, diese zu erhöhen. Das kommt mit mir nicht in Frage. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Haushalte auch so aufstellen können, dass wir ohne Gewerbe- oder Grundsteuererhöhungen auskommen. Eine Senkung hat übrigens keiner der Kandidaten, wenn ich mich recht erinnere, versprochen. Und ich möchte auch keine falschen Versprechungen machen. Wenn sich die finanzielle Situation so günstig darstellt, dann lässt sich darüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite gibt es große Investitionen, die geplant sind. Ich bin auch ein Befürworter des Schwimmhallenbaus. Und ich glaube, dass auch, wenn wir uns die Investitionen anschauen in den nächsten Jahren, ist natürlich auch mit Betriebskosten zu rechnen, mit Unterhaltungskosten bei Investitionen. Die müssen ja irgendwie auch gestemmt werden. Und natürlich ist es nicht so, dass die Wirtschaft die Last der Kosten tragen soll, sondern in erster Linie ist es natürlich die Stadt, die in ihrer ganzen Funktion letztlich das mit übernehmen muss. Und man sollte es an dieser Stelle wirklich nicht übertreiben. Neue Gewerbegebiete. Wo könnten die entstehen? Mauer zum Beispiel regt sich ja Widerstand gegen die Pläne. Das ist auch verständlich. Also man muss wirklich diskutieren mit denjenigen, die es in der unmittelbaren Nachbarschaft betrifft. Im Übrigen bin ich jetzt gerade im Austausch mit der Bürgerinitiative Mauer, wo es um das Thema Lärmschutz geht. Das heißt, ich setze auch an dieser Stelle auf Kommunikation. Es ist natürlich klar, jeder, der nach Jena kommt oder vor allen Dingen auch die A4 im Blick hat, möchte natürlich möglichst A4 nah wohnen. Nicht wohnen, sondern angesiedelt werden. Und genau das ist der Punkt. Dort sind die Flächen so knapp, dass wir eigentlich jetzt schon so weit sind, wie wir eigentlich mal im Jahr 2025 sein wollten, was das Angebot an Gewerbeflächen anbetrifft. Wir müssen schauen, welche Möglichkeiten dort noch besteht. Was auch früher angesprochen wurde, war immer das Thema Egelsee. Ob da nicht noch Möglichkeiten bestehen, aber ob das wirklich so attraktiv ist, entscheiden natürlich am Ende auch die Unternehmen. Deswegen setze ich hier an dieser Stelle auch auf Kooperation mit dem Umland. Wir haben damals in 2006 folgende Situationen in Jena vorgefunden. Es gab einen Masterplan Jena Area 21, gemeinsam mit dem Saale-Häusland-Kreis, übrigens damals mit der Landesentwicklungsgesellschaft erarbeitet. Und vor allem ging es darum, wie können wir gemeinsam vorangehen, wie können wir den Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, die Hochtechnologie vor allen Dingen hier ansiedeln und dann auch im mittelständischen Bereich mehr im Saale-Häusland-Kreis ansiedeln. Das ist aber irgendwie total in der Versenkung verschwunden, oder? Ja, leider ist es tatsächlich so. In der Zwischenzeit hat sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gegründet, die übrigens auch eine hervorragende Arbeit macht. Das ist auch so die Rückkopplung aus der Wirtschaft, die ich immer wieder bekomme. Und am Ende ist es aber so, dass man darüber nachdenken muss, wie man auch Wirtschaftsförderung gemeinsam betreibt als Jena und als Saale-Häusland-Kreis. Und man kann da auch noch auf andere Landkreise schauen diesbezüglich, sich gegenseitig austauschen. Aber wichtig ist es, dass man auch hier Modelle findet, wie man gemeinsam Gewerbeflächen entwickelt und dann auch finanziell damit gemeinsam irgendwo klarkommt. Und das ist zu besprechen, unbedingt. Und man sollte dieses Projekt, das damals initiiert wurde, wieder aufnehmen und voranbringen. Finanziell ist auch ein gutes Stichwort. Sie sind ja Vorsitzende des Finanzausschusses des Stadtrates. Dann deswegen die Frage an Sie, was kann sich denn Jena leisten? Leistet sich die Stadt zu viel? Sie sagen Schwimmhalle, sagen Sie auch, die muss kommen. Es gibt noch den Wunsch nach einem Kunsthaus, das ist nur ein Beispiel, für weitere Projekte. Wie sehen Sie die finanzielle Potenz dieser Stadt? Also im Gegensatz zu anderen Kommunen in Thüringen ist Jena sehr, sehr gut aufgestellt. Gerade was den Haushalt anbetrifft, es ist ein sehr ausgewogener Haushalt. Wir haben eine doppische Haushaltsführung, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Früher war das Kameralistik, da konnte man sozusagen auf Sicht planen. Jetzt ist es vor allen Dingen die langfristige Planung. Dort zeigt sich natürlich aber auch, je mehr investiert wird, je mehr Folgekosten auf uns zukommen, je mehr freiwillige Aufgaben wir haben, desto schwieriger wird es natürlich, das finanziell darzustellen. Das heißt, wir müssen natürlich auch immer schauen oder vorsichtig an die Projekte rangehen, immer mit Augenmaß auch finanziell planen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir die Potenz haben, je nachdem wie stark wir auch wachsen, uns diese Projekte wie eine Schwimmhalle oder auch andere Projekte, die vorgehen, wie zum Beispiel das Volkshaus, Neubau, Bibliothek und so weiter, auch finanziell stemmen können in Zukunft. Es gibt mittlerweile ein Szenario 2030, womit sich der Stadtrat beschäftigt hat und eine Planungsgesellschaft hat, das Planungsbüro hat uns sozusagen zugearbeitet und gibt uns auch gute Koordinaten, in welche Richtung es in Zukunft geht. Aber wir müssen auch einiges als Stadt dafür tun, dass wir weiter wachsen und dass wir das Wachstum befördern, weil nur dann ist es auch möglich, die Investitionen, die uns bevorstehen, zu stemmen und gleichzeitig auch den freiwilligen Bereich, wo es auch um soziale Leistungen geht und Ähnliches. Ich denke auch an die Schülerbeförderungsleistungen, die ich persönlich sehr wichtig halte, für sehr wichtig erachte oder auch gleichzeitig die Unterstützung der freien Schulen in Jena, die wir auch nicht aus dem Blick verlieren sollten. Deswegen muss es immer ausgewogen sein, sowohl was die Investitionen als auch die laufenden Kosten der Investitionen und gleichzeitig die freiwilligen Aufgaben anbetrifft. Und die Entschuldung, wie sieht das mit der Entschuldung aus? Also in 2009, und das war damals auch beispielgebend deutschlandweit, dass man sich als Kommune planmäßig entschuldet und das wird spätestens bis zum Jahr 2024 auch geschehen. Und den Weg würden Sie auch weiterführen? Den Weg würde ich weiterführen. Gleichzeitig ist es aber so, sinnvolle Kredite, wenn es darum geht, Investitionen zu stemmen, die sich auch wieder zurückzahlen, könnte man aufnehmen und durchaus auch das ein oder andere darüber mit abbilden. Zugleich ist es aber so, dass wir die Altschulden, die wir haben, zurückzahlen sollten, um auch wieder freie Haushaltsmittel zu haben. Kommen wir zum Thema Bürgerbeteiligung. Welchen Stellenwert hat denn die bei einem Oberbürgermeister Koppe? Also Bürgerbeteiligung ist mir persönlich sehr wichtig. Als Finanzausschussvorsitzender habe ich auch das Thema des Bürgerhaushaltes mit begleitet und ich bin seit 2009 Mitglied im Finanzausschuss und habe auch die Ergebnisse des Bürgerhaushaltes sehr ernst genommen. Beispielsweise wurde die Schwimmhalle schon 2013 in den Fokus genommen durch die Bürgerinnen und Bürger und ich glaube, dass man auch mehr darauf schauen sollte, was aus diesen Bürgerbefragungen rauskommt und wie man letztlich damit umgeht. Aus meiner Sicht ist es notwendig, das viel mehr in den politischen Prozess reinzubringen, das nicht nur zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht zu diskutieren, sondern tatsächlich auch den politischen Fokus darauf auszulegen, was die jenerinnen und jener wollen. Und deswegen ist Bürgerbeteiligung wichtig und vor allen Dingen seit dem Eichplatz hat sich ja nun auch tatsächlich viel getan. Es gibt Planungswerkstätten, in Zwetzen findet gerade Bürgerbeteiligung darüber statt, wie es denn im Philosophenviertel weitergeht. Und deswegen sage ich an der Stelle, es ist immer notwendig, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu sprechen, mit den Ortsteilen zu sprechen, mit den Ortsteilbürgermeistern. Das sind auch Beteiligungsforen letztlich, die Ortsteilräte. Und das sollte man als Oberbürgermeister stets im Blick haben, um nicht letztlich auch den Blick zur Realität zu verlieren. Sie betonen ja auch in Ihrem Wahlprogramm, dass die Stadtverwaltung für die Bürger da ist. Ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Ja, natürlich ist es selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass eine Stadtverwaltung viele Aufgaben hat. Man kann nicht rund um die Uhr nur mit Bürgeranliegen beschäftigt sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass man Dienstleister sein sollte als Stadt. Es muss natürlich auch dafür sozusagen Dienstzeit in der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen, Bürgeranliegen aufzunehmen, sich zukunftsfest aufzustellen, Wir haben mittlerweile einen sehr gut funktionierenden Bürgerservice, aber uns stehen auch hier zahlreiche Aufgaben bevor. Und als Oberbürgermeister bin ich gerne bereit, mir natürlich auch die Bürgeranliegen, auch einzelne Bürgeranliegen anzuhören. Wie gesagt, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und würde das auch als Oberbürgermeister bleiben. Ein anderes Thema. Die CDU hatte eine Aktuelle Stunde im Stadtrat beantragt zum Thema Jugendkriminalität in Jena. Auch junge Migranten sind unter den Straftätern. Dafür gab es in der Stadtratsdiskussion viel Kritik, aber auch viel Zustimmung von Bürgern. Was bleibt als Resümee bei Ihnen? Uns war es als CDU-Fraktion, mir persönlich auch, sehr wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen, weil es einfach ein Thema war. In den sozialen Netzwerken, auch in der Presse wurde es diskutiert. Aus meiner Sicht, damals, als das im Fokus stand, gerade bei der Bevölkerung, viel zu wenig von der Jenaer Stadtpolitik. Und hier muss auch das Stadtoberhaupt Vorreiter sein, an dieser Stelle die Probleme aufzunehmen, sich öffentlich dazu zu äußern und auch Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, mit Polizei, Ordnungsamt, dass die gut koordiniert zusammenarbeiten. Natürlich kann man nicht polizeiliche Funktionen übernehmen, wenn es um Kriminalität geht. Aber der direkte Austausch ist sehr, sehr wichtig. Und es war sehr wichtig, diese Aktuelle Stunde zu beantragen. Auch in meinem Statement habe ich darauf hingewiesen, dass wir jegliche Form von Kriminalität, egal von wem sie ausgeht, sofort zu verurteilen haben und alle Maßnahmen unternehmen, um so etwas zu verhindern. Das Ganze hat ja auch einen präventiven Charakter, gerade wenn es um justizielle Schritte geht. Und auf der anderen Seite, weil sie das Thema Flüchtlinge angesprochen haben und ein Teil oder auch vielleicht ein Großteil der Straftaten von jungen Geflüchteten ausging, muss man nochmal darauf hinweisen, dass diese Menschen ja auch eine Lebensperspektive brauchen und diese oft nicht haben, wenn sie nach Deutschland kommen. Beispielsweise sind sie mitunter gar nicht schulpflichtig oder sind Analphabeten. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dann muss man die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und aus meiner Sicht ist an der Stelle erstens in Jena eine sehr gute Integrationsarbeit geleistet worden, auch durch die vielen ehrenamtlichen Helfer und durch die Stadtverwaltung selber, die das aus meiner Sicht sehr gut koordiniert, auch was die Unterbringung anbetrifft. Doch das Land müsste noch viel mehr machen an dieser Stelle. Erstens gibt es in Thüringen keine Residenzpflicht. Das heißt, die Asylbewerber verteilen sich nicht so auf die verschiedenen Kommunen, wie man sich das vielleicht wünschen würde, um auch die ein oder andere Kommune zu entlasten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Angebote, gerade im Bildungsbereich, was das Thema des Erlernens der deutschen Sprache anbetrifft, und die schulischen Angebote noch erweitert werden müssten. Und hier müsste man auch finanziell deutlich mehr machen, um genau diese Angebote zu schaffen. Und darauf sollte die Stadt Jena unbedingt hinwirken und vor allen Dingen der Oberbürgermeister, der die Stadt Jena nach außen repräsentiert. Wir bleiben beim Thema Schule, kommen zu Fragen von Steu-Schülern. Erstmals können ja 16- und 17-Jährige den OB wählen. Erstmal ganz kurz, wie finden Sie das? Ich finde das gut. Okay. Wir haben ein sehr starkes Jugendparlament in Jena. Ich glaube, da können sich auch andere Städte durchaus eine Scheibe davon abschneiden. Dazu gleich die Frage von Erik. Wie kann man Politik für Jugendliche attraktiver machen? Also das ist natürlich attraktiv, wenn ein Jugendparlament in Jena gewählt wird, dass in den Schulen direkt die Vertreter für dieses Jugendparlament gewählt werden. Und wenn das Jugendparlament sogar die Möglichkeit hat, eigene Anträge im Stadtrat zu stellen. Ich würde als Oberbürgermeister sehr gerne auch dieses Jugendparlament besuchen, mir die Anliegen anhören und auch die jungen Menschen dazu motivieren, sich weiter in die Politik einzuschalten. Deswegen finde ich es gut, gerade wenn junge Leute, die unter 18 sind, die in diesem Jugendparlament organisiert sind und an den Jenaer Schulen, die dieses Parlament mitgewählt haben, auch zur Kommunalwahl gehen dürfen. Aus meiner Sicht ist es eine Selbstverständlichkeit. Überfällig wahrscheinlich. Überfällig. Und natürlich, die nächste Frage wird irgendwann sein, in ferner Zukunft oder vielleicht auch in naher Zukunft, wie man nochmal unterscheidet zwischen aktivem Wahlrecht, also das Wählen gehen und auf der anderen Seite das Gewählt werden. Und da ist es ja nochmal ein Unterschied, was die Altersgrenzen anbetrifft. Und deswegen finde ich diesen Schritt grundsätzlich gut und gerade eine Stadt wie Jena, der steht das gut zu Gesicht. Wir hatten noch mehr Fragen, aber die Zeit, die läuft uns davon. Deswegen meine letzte Frage an Sie. Wie sehen Sie Ihre Chancen? Vor sechs Jahren kam ja Ihr Parteifreund Dietmar Schuchert in die Stichwahl gegen den amtierenden Oberbürgermeister Dr. Schröter. Mit 18 Prozent unter sieben Kandidaten. Die Stichwahl hat dann Schröter klar mit 73 Prozent gewonnen. Wie sehen Sie Ihre Chancen? Ja, also ich bin natürlich schon aufgeregt, was den Sonntag anbetrifft. Da komme ich ins Schwitzen, wie jetzt hier gerade im Studio. Es ist ja auch sehr heiß hier, muss ich sagen. Also, welche Chancen habe ich? Ich glaube, und das ist das, was ich auch auf der Straße wahrnehme oder an den Haustüren. Ich mache auch Haustürwahlkampf mit meinem Team gemeinsam. Dass sich tatsächlich viele Jenaerinnen und Jena einen Wechsel in Jena wünschen. Und ich habe auch viel Zuspruch in den letzten Wochen erfahren. Und es gab zahlreiche Menschen, die auf mich zugekommen sind, auch in den Infoständen und gesagt haben, ich würde sie gerne wählen, Herr Koppe, oder ich habe sie schon gewählt. Und teilweise musste ich nicht mal Überzeugungsarbeit leisten, macht das aber natürlich im Einzelfall sehr, sehr stark, wenn es darum geht, die Probleme zu diskutieren. Und ich habe, denke ich, auch aus meiner Sicht einen sehr harten Wahlkampf geführt. Deswegen rechne ich mir gute Chancen aus, auch in die Stichwahl zu kommen. Und aus meiner Sicht läuft es auf eine Stichwahl hinaus. Und dann heißt es, zwei Wochen lang nochmal richtig zu kämpfen dafür, dass es dann tatsächlich am 29. April, nämlich zwei Wochen später, klappt mit der Oberbürgermeisterkandidatur. Herr Koppe, das lassen wir so stehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Liebe Zuschauer, das war unser Live-Interview mit Benjamin Koppe, den CDU-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl. Am Freitag beschließt hier mein Kollege Christian Ullmann unsere Interviewreihe. Zu Gast ist dann Dennis Peisker von den Grünen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und vor allen Dingen gehen Sie wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017